Ihr könnt Premium gewinnen. Und zwar werde ich jetzt einen Monat lang Daily-Videos machen, das bedeutet vom 2. Mai bis zum 31. Mai. In diesen Videos wird insgesamt 6x Premium verlost. 3x Premium wird übrigens vom GOMMA der Internet-Server gesponsert, deswegen nochmal vielen Dank der Hersteller. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter diesem Video zu verfassen. Am Ende werden zufällige 6 Videos von diesen 30 Videos rausgesucht und dort wird auch mit einem YouTube-Random-Pika einfach ein zufälliger Kommentar rausgelegt. Wie gesagt, insgesamt 6x einen Monat. Das einzige was ihr dafür tun müsst, ist einfach euren Ingame-Namen auch mit in die Kommentare zu schreiben. Und abonnieren... Seinen LOL. Wunder. Ich glaube das Eisen noch nicht. Ich bin ja dann noch über den Noc-Stats aufgehoben. Ich hoffe, wenn ich anfange, dann denke ich mich einblocken. Ja mach das nicht. Allein hinten auf einer Eis. Ja, weil du wieder kommst. Ja, weil du wieder kommst. Ja. 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 Januar. Inburg kennen wir hier von 2 Die Zielpitsch wurde entgegen. Ein Bogen ist kaputt. Ja, da ist kein Bogen mehr. Wortsicht lockt sich, also kannst du nicht nach hinten raus machen. Ey, einer kommt fünf schläglich. Wir können, das reicht erstmal schlägen. Ja, genau. Warum? Ich will nur noch raus sein. Na, es hilft jetzt nur noch. Kann aber uns schichten, oder? Hast du noch versucht, wenn wir uns schichten? Na, wo? Aber eine Schicht? Nein. Dann ist es oben. Und einer ist uns dabei am TNT-Schutz. Wo? Mit Eriksen. Ja, ja. Ne, das Spiel ist wie eure Leiter. Ne, Leiter. Die Leiter. Ich bin so komische Koffer. Der steckt sich komplett neu, aber. Nein. Der steckt einfach ganz hoch. Und der steht hier Cadillac, glimpse. Wie geht es, sie hat sich ein Bein? Ich höre. Okay, ich höre. Ich höre. Ich böse. Ey, j Fay. Wir müssen jetzt mal... Ich esse, wie ich das hier steckt. Ich esse, wie du kannst. Wir müssen jetzt mal... Wir överste Stadion bleiben. Schockt, dass die Typen haben. Wir haben auf jeden Fall ein Blink-Village an die uns selbst. Wir haben hier noch ein Blink-Village an die uns selbst. Wir haben hier noch ein Blink-Village an die uns selbst. Gerade irgendwo jemand hier kippt. Eben. Mal gleich mit. Das ist übrigens das Case in der obersten Chest, aber... Ach, Storn. Schön warm ist. Ein bisschen tiefer. Ein bisschen. Nein, das ist doch sehr. Aber schon in einen Plot. Der Fückzer ist ja sowas, aber jetzt geht. Ich bin einer gleich bei euch auf die Schicht. Hey Junge! Mal zeigen, dass du mir kassierst. Nein! Aber ich habe unglücklich genockt. Ich gebe ihm 4 Hits und wenn wir supporten, dann lockt er und gibt er mir einen Hits. Und hier fliege ich wieder. Okay. Winnie-Bow. Winnie-Bow. Ein Potti aber. Winnie-Bow. Man hat eine Karte. Oh. Was war das denn? Das war der Karte. Der Karte. Der Karte. Der Karte. Der Karte. Der Karte ist schwer. Der Karte ist so das. Der Karte ist nicht in der Karte. Ja, die Warte ist sicher. Ich bin die Gang. Ich bin die Gang. Ich bin die Gang. Dann fern sich die Gang. Ja, mein Schmerz hat passt. Ich bin die Gang. Ich bin die Gang. Der ist hier. Der ist hier, wie ich so ein Haken habe. Ja, ja. Der ist hier, wie ich so ein Haken habe. Der ist hier, wie ich es lift habe. Das ist ein Haken. Der ist nicht gespielt. Es kam ganz klar. Ja, du hast gut. Das ist nicht so groß. Ich weiß nicht, ich bin in der Spiel. Aber ich mache immer alles. Super, super ist echt bald. Junge, vor allem, du bist direkt vor allem, er geht da die Leiter. Ich verstehe nicht, was der Typ macht. Wir haben auch relativ viele Leute. Zwei Lauf wiederholen durch. Einer von euch muss auf den Tisch bleiben. Dann ist es so. Das ist wie so'n Gommel, der sich einfach so gerade hochsnackt und jetzt will läuft. Jetzt geht er nach ganz oben, weil er Angst hat. Was denn? Wie viel Block hast du? 50 kann ich dir gehen. Ich schwöre, er hüpft da oben, gesneet rum, als wenn er denkt man sieht ihn nicht. Ganz oben, direkt vor dem Flick sind es läuft. Direkt vor dir, in der Ecke ist der Stütte. Hast du dir endlich genug Glück? Ne, noch nicht. Er hat noch alles bei B. DarolDV fragt, wieso ist noch keiner weg? Was auch dort ist irgendeiner. Der direkt rückt durch. Ich hab jetzt zwei Schichten unter euch. Jetzt eine Schicht unter euch. Wie viele Base, nur Base denn? Eines von unten. Einer unten. Luis, guck, ober Chess. So, einer läuft gerade unten. Einer ist so durch. Der andere guckt sich gerade. Der andere. Der andere. Der andere. Echt? 4 Leider nicht, hier ist er Platz 6 Aber ihr habt auch nur 7 Elo Weniger als die Wir sind verpustet Ja, 30 Er ist einer von denen auf unserer Stich Ne Was hat den gerade geholt? Na 10, das heißt 154 auf Erste laufen Wenn ich nicht Ja, was hat den auch gerade noch geholt? Ihr seid jetzt zu dritt für die Kurve, die uns steht Spielt ihr mit Leitern oder Spielt ihr ohne? Es sind alle dauernd Es sind alle dauernd Es sind alle dauernd, er ist der Bester Die jetzt schafft aber nicht Sogar das Alter, der ist uns da Der ist uns da Der ist uns da Der ist wirklich uns da Der ist wirklich nicht da Der ist wirklich nicht da Der hat es geschnallt Können wir super Das ist ein Oh mein Gott, das ist super los Einbauen 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 Bis zum nächsten Mal.